Moin moin Leute, mein Name ist ReFaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Free2Play Review bei mir auf dem Kanal ReFasers Free2Play Ecke. Und heute habe ich Nosgott für euch dabei. Nosgott ist ein Spin-Off der Legacy of Cain Reihe und einigen von euch dürfte das vielleicht noch etwas sagen, denn der letzte Teil der Legacy of Cain Reihe ist schon vor elf Jahren erschienen. Also hat sich Square Enix, welche mittlerweile die Rechte an dieser Reihe haben, gedacht, wie die bringen mal ein Spin-Off, das heißt ein etwas anderes Spiel in dieser Welt raus und tauften es Nosgott und bringen es als Free2Play Game raus. Was es genau ist, wie mir das Spiel bis jetzt gefallen hat, das möchte ich euch in diesem Preview zeigen, denn ich hatte sehr viel Zeit, es mir in der Closed Alpha anzuschauen. Mittlerweile ist das Spiel in der Closed Beta, das heißt dieser Preview ist auf dem Stand vom März 2014 in der Closed Beta und ich möchte euch einfach einen Ersteindruck davon zeigen, wie gewohnt in den Bereichen Gameplay, Technik, Free2Play Einschränkungen und gebe am Ende ein kleines Fazit zu dem Gesamtspiel ab. Die erste Frage, die sich im Gameplay-Bereich von Nosgott direkt stellt ist, was ist es eigentlich für ein Genre? Denn Nosgott ist in meinen Augen eine Mischung aus einem Third-Person-Shooter und einem MOBA. In Nosgott seid ihr nämlich aus der dritten Perspektive unterwegs in relativ kleinen Maps. Euch stehen dann entweder als Mensch oder Vampir neben euren ganz normalen Attacken auch zwei unterschiedliche Skills und einen Perk zur Verfügung. Aus diesem Grund, finde ich, haben die es geschafft, beide Spielgenres relativ gut zu vermischen und etwas Neues, zwar nicht ganz Innovatives, aber doch Erfrischendes zu erfinden. Aktuell bietet Nosgott insgesamt vier Maps und zwei Spielmodi. Die Spielmodi sind am meisten ein Team-Deathmatch, aber dieses ist nochmal in zwei Team-Deathmatches unterteilt. Einmal ein Nubi-Team-Deathmatch, bedeutet bis Level 10 dürft ihr dort eintreten, ab Level 10 nicht mehr und ein normales Team-Deathmatch. Dort tretet ihr in Teams von jeweils vier Spielern an und wer zuerst 30 Kills hat, gewinnt die Runde. Dann wird geswitcht, das heißt die Fraktionen werden gewechselt. Ihr werdet dann entweder zum Vampir, wenn ihr vor ein Mensch wart, oder eben halt andersrum. Und dann geht es nochmal darum, 30 Kills zu holen. Insgesamt stehen euch für jede Runde 10 Minuten zur Verfügung. Zweiter Spielmodus ist Siege und dort geht es darum, verschiedene Punkte einzunehmen. Ich würde euch gerne etwas dazu zeigen, aber es war für mich während der Close Beta gerade nicht nochmal möglich, in diesen Spielmodus einzutreten, aber ich muss auch wirklich zugeben, dass es egal war, worum es ging, letztendlich lief es sowieso darauf hinaus, dass sich alle Spieler gegenseitig getötet haben und nicht wirklich die Punkte eingenommen haben. Und ich muss auch zugeben, auch hier würde ich direkt den ersten Kritikpunkt an Nosgott zur Zeit ansetzen und zwar ist es relativ wenig, auch wenn es noch eine Close Beta ist, vier Maps und zwei Spielmodi, wovon einer eben zur Zeit eben für mich nicht spielbar war. Vielleicht muss ich einen bestimmten Level erst erreichen. Ja, das ist mir zu wenig, aber es ist eine Close Beta, deswegen gehe ich davon aus, dass die Entwickler hoffentlich bis zur Open Beta und bis zum offiziellen Release noch einiges an Spielmodi und auch an Maps rausbringen, denn was man zu den Maps sagen muss, die sehen schön aus, die sind relativ klein, das heißt die Action bündelt sich doch relativ immer an einigen Stellen, aber letztendlich sehen sie sich alle sehr ähnlich und das finde ich schade und hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Aber ich muss auch gestehen, auch wenn es relativ wenig an Maps und an Spielmodi sind, so machen die Klassen und das, was hinter Nosgott steckt, doch sehr viel Spaß und laden auch dazu ein, öfters und länger zu spielen. Was meine ich damit? Es gibt ja zwei Fraktionen, zum einen die Vampire und zum einen die Menschen. Und was ist die Besonderheit an diesen zwei Fraktionen? Die eine Fraktion, die Vampire, die sind vollkommen auf den Nahkampf ausgerichtet, das heißt, ihr seid darauf ausgerichtet, an die Menschen ranzukommen, diese im Nahkampf zu besiegen und dafür sind eure zwei Skills, eure normalen Angriffe und auch eure Perks ausgelegt. Ihr seid die einzigen, die auf Wänden raufklettern können, die einzigen, die auch fliegen können, es gibt nämlich eine Klasse, die Sentinel-Klasse, sie kann sogar fliegen, kann im Sturzflug einen Menschen nehmen und ihn dann in die Meute der anderen Vampire bringen und das macht einfach sehr viel Spaß, weil da sehr viel Taktik hinter steckt. Die Menschen hingegen sind reine Fernkämpfer, das heißt, eure Skills und eure normalen Attacken sind darauf ausgerichtet, die Vampire auf der Ferne bereits abzufangen, um zu bringen, sie auf die Ferne zu halten und das macht sehr, sehr viel Spaß. Deswegen finde ich es auch gut, dass die Matches dann auch wechseln, das heißt, dass ihr zehn Minuten als Vampir und zehn Minuten als Menschen unterwegs seid, denn so könnt ihr, ist das eine zum einen sehr gebalanced, das heißt, beide Teams müssen mit beiden umgehen können und zum anderen müsst ihr beide Fraktionen mal einfach spielen. Vielleicht kommen später noch Möglichkeiten, nur Vampire oder nur Menschen zu spielen. Im Großen und Ganzen dachte ich zuerst, oh, das wird relativ schwer, wenn man nur eine Fernkämpfer ist, haben die Nahkämpfer doch sowieso einen Vorteil, sie können klettern, die Menschen nicht, aber sie können ausweichen, sie haben halt wirklich die Skills und die Sachen, die benötigt werden, um die Vampire umzubringen, was sehr wichtig ist in allen Spielmodi und egal in was für eine Fraktion ihr unterwegs seid, ist das Teamplay und das ist das, was mir in Noscrat extrem gut gefallen hat. Wo wir gerade bei den Fraktionen sind, können wir auch direkt über die Klassen sprechen, denn jede Fraktion hat unterschiedliche Klassen, die auch wirklich für ein Teamspiel ungemein wichtig sind. Zum einen fangen wir bei den Menschen mit dem Scout an. Der Scout war in meinen Augen ein etwas wirklich sehr, sehr starker Fernkämpfer, der im Nahkampf aber so gut wie keine Chance mehr hat. Ihr seid mit dem mit dem Bogen unterwegs. Dann gibt es noch den Alchemist, der Alchemist hat eine Handfeuerwaffe, er kann Wolken beschwören und auch Feuer wenden. Dann gibt es den Hunter, der Hunter war mein persönlicher Lieblingsmensch, denn er schießt mit der Armbrust, der hat einen sehr starken Schaden, auch noch auf relativer Nahkampfreichweite und schießt auch sehr schnell. Bei den Vampiren haben wir so eine Art heilige Dreifaltigkeit, denn ihr habt da zum einen den Tyrant, welcher für mich eine Art Tank ist, denn er kann rammen, er kann extrem viel aushalten, er geht in den Nahkampf und schleudert die Gegner weg. Ihr habt den Reaver, was nur so eine Art Schurke ist, welcher aus dem Hinterhalt angreifen kann, welcher große Sprünge machen kann, um den Gegner direkt anzugreifen. Und ihr habt den bereits genannten Sentinel, welcher als einziger Vampir fliegen kann und somit auch aus der Luft einfach mal die Gegner im Sturzflug sich greifen kann und in die Meute der Vampire zurückbringen kann. Wenn alle Klassen richtig gespielt sind und als Team vorgehen, dann kommt da einfach eine sehr, sehr coole Eigendynamik, die extrem viel Spaß macht. Neue Klassen sind bereits angekündigt und was richtig geil ist, ihr könnt jede Klasse einzeln leveln und auch noch an eure Spielweise richtig gut anpassen. Zu den Anpassungen werde ich in dem Free-to-Play-Bereich wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen, aber hier grundsätzlich jede Klasse kann einzeln gelevelt werden. Das heißt, ihr bekommt Erfahrungspunkte für euren Level im Allgemeinen und für die einzelne Klasse, sogar für die einzelne Fraktion. Dann habt ihr zwei verschiedene Skills und einen Perk, welcher ihr einsetzen könnt für die Klasse. Das heißt, ihr könnt euch verschiedene Loadouts, wie man das so nennt, zusammensetzen. Diese zwei Skills könnt ihr aber auch im Shop für die Ingame-Währung kaufen und so ausruhen, welche zwei Skills eure Klasse hat, die mehr zu eurer Spielweise passen. Und das finde ich sehr cool, denn so könnt ihr auch während ihr gestorben seid, vielleicht den Loadout wechseln, um euch an eine bestimmte Situation anzupassen und dort taktischer vorzugehen. Und dafür, finde ich, kommt wieder dieser Punkt. Noscout ist ein reines Team-Play-Spiel, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, denn das gibt es einfach zu selten. Also es gibt unglaublich viele Skills, die ihr jetzt schon wirklich anpassen könnt. Ihr könnt neue Waffen kaufen, alles für Ingame-Währung finde ich sehr cool. Aber wie gesagt, Free-to-Play-Einschränkungen, kommt ein bisschen mehr dazu. Und die Perks sind Sachen wie zum Beispiel, ihr regeneriert euer Leben schneller, ihr könnt höher springen als Vampir, ihr habt mehr Munition, ihr ladet schneller nach. Solche Sachen, wie man eben auch vielleicht aus Call of Duty kennt, deswegen heißen die auch sogar in Noscout-Perks und die finde ich sehr, sehr cool. Also im Großen und Ganzen, Gameplay, ich finde einfach nur von den Maps und von den Spielmodi her, gibt es leider noch nicht genug Auswahl. Aber das, was da ist, das ist cool, das macht Spaß und das hat wirklich ein hohes Potenzial, auch erfolgreich zu werden. Wie gewohnt fangen wir bei dem Technikbereich mit den Systemanforderungen von Noscout und die empfohlenen Computersystemanforderungen liegen bei einem Core 2 Quad Q6400 mit 2,13 GHz oder einen Phenomen 9600 Quad-Core von AMD mit einer GeForce GTS 450 oder eine Radeon HD 6750 seid ihr auch schon dabei. Ihr solltet 4 GB Arbeitsspeicher haben, am besten Windows 7 64 Bit. Es funktioniert aber auch mit Windows XP und auch mit der 32-Bit-Version von Windows DirectX 9 und 2 GB Arbeitszeit schon Festplattenspeicher. Schon habt ihr die empfohlenen Systemanforderungen für Noscout und könnt das Spiel richtig schön und richtig flüssig spielen. Und es läuft auch wirklich flüssig. Fangen wir direkt auch mit der Grafik an. Also ich habe natürlich diese empfohlenen Systemanforderungen. Ich hatte kaum Lags, was für eine Close Beta schon relativ cool ist. Das heißt, Serverstabilität war auf jeden Fall da und auch das Spiel lief sehr flüssig. Die Grafik sieht sehr trist aus, aber nicht im negativen Sinne. Es ist dunkel, es ist shady, wie man so schön sagt. Es ist wirklich so, wenn ihr als Vampir unterwegs seid, dann könnt ihr euch in Ecken verstecken und verschmelzt fast mit der Umgebung. Als Mensch wisst ihr nicht, wo sie herkommen. Und das Ganze passt einfach wirklich sehr gut zu diesem Setting, das Noscout vorgibt und vorlebt. Die Maps sind dementsprechend auch relativ gut an dem Setting angepasst, aber nichtsdestotrotz hätte ich vielleicht hier und da noch ein bisschen mehr Details erwartet. Ein bisschen saubere Texturen, ein bisschen mehr mit den Lichtern arbeiten. Da sind schon recht gute Lichteffekte da, aber ich hoffe, da wird nochmal ein bisschen was rausgeholt, ein bisschen mehr in die Atmosphäre gearbeitet, welche aber wirklich schon sehr gut ist. Die Charaktere selbst, die sind super, die sehen gut aus, die haben einzelne Details, es gibt verschiedene Skins, die ich euch auch gleich mal ein bisschen was von erzähle. Das sieht alles relativ cool aus. Sound-mäßig bin ich extrem begeistert, denn das Ganze schafft es irgendwie schon, diese bedrückende Atmosphäre rüberzubringen. Als Vampir sagt ihr immer wieder ein paar Sprüche, ihr sagt, was ihr machen wollt, jeder Vampir hat einen anderen Sound-File, die Geräusche, die Attacken klingen wirklich sehr gut. Ihr hört Schreie, wenn ihr gerade nicht mit euren Leuten unterwegs seid und die werden angegriffen. Das heißt, die schaffen es, so eine bedrückende Atmosphäre zu schaffen, welche in dem Spiel sehr gut steht und auch sehr zu, wie sagt man das, irgendwie sehr zuvorkommt, sehr voranbringt. Also ich muss sagen, ich war selten von einem Spiel in diesem Stadion, also im Beta-Stadion, von den Sound-Effekten so begeistert wie bei Noscout, denn ich habe das Spiel gespielt, Licht aus, und ich dachte mir, jo, gleich kommt ein Vampir um die Ecke und der wird mich sowas von umbringen und das war relativ cool. Es gibt auch hier und da wirklich coole Animationen, wie wenn ihr zum Beispiel als Vampir einen Gegner geschildert habt, könnt ihr ihm auch noch das Blut aufsaugen, um euch wieder zu beleben. Finde ich sehr cool gemacht. Die Steuerung geht super einfach, auch sofort ins Blut über. Hier gewinnt ihr euch an Stashen, an Zielen, an die Skills aktivieren. Das haben die sehr gut gemacht. Sie ist auch sehr aktiv und auch direkt. Das bedeutet, wenn ihr was machen wollt, dann macht ihr das auch. Ich hatte hier und da ein paar Probleme mit den Vampiren, wenn ich fliegen wollte zum einen und zum anderen, wenn ich irgendwie mal an die Wände entlang krabbeln wollte, dass nicht jede Wand ging, aber das waren, ich sag mal, kleinere Sachen, die ich hier nicht wirklich zur Sprache bringen möchte, denn das war zum Teil mein Fehler, zum anderen, denke ich mal, es ist eine Close Beta, es wird auf jeden Fall dran gearbeitet. Leider gibt es auch ein paar Kritikpunkte an Noscout und mein größtes Problem zur Zeit mit Noscout ist das Matchmaking-System. Natürlich ist es noch eine Close Beta, das heißt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl als Spieler, die einen Key haben, trotzdem ist es schon sehr ärgerlich, wenn ich ein Team-Deathmatch aussuche, auf Play drücke und dann mindestens zum Teil eine halbe Stunde darauf warten muss, dass ein Match zustande kommt. Das ist einfach kontraproduktiv, da werden viele Spieler sich nicht gefallen lassen, wenn sie auf Level 1, Level 2 keine Matches finden und wirklich warten und warten und warten und vielleicht noch ein bisschen mehr warten, während sie ihr Spiel deinstallieren und es nicht weiterspielen. Ich habe es beim Panzer schon gesehen, das hat das Spiel leider doch ein bisschen zurückgeworfen, hat es viele Spieler weggehen lassen, dass dieses Matchmaking-System nicht vernünftig funktioniert hat und ich hoffe, dass Noscout da einfach ein bisschen noch nachsorgt, vielleicht durch die Open Beta, wenn mehr Spieler da sind oder auch die Möglichkeit bietet, eigene Matches zu erstellen, Freunde einzuladen und mit diesen dann zu spielen. Wenn sie das schaffen, dann glaube ich, wird es auf jeden Fall besser sein. Kommen wir nun zu den Free-to-Play-Einschränkungen beziehungsweise zu der Umsetzung des In-Game-Shops in Noscout. Wie gehabt, Close Beta, das heißt, es kann sich noch viel ändern, mein Stand ist jetzt, man kann schon Geld ausgeben, also funktioniert der Shop, also kann ich auch was dazu sagen. Grundsätzlich hat Noscout oder die Entwickler Square Enix haben gesagt, hey, wir machen ein Spiel, das wird nicht Pay-to-Win und ich denke mir, ja, das höre ich bei jedem Spiel, was Free-to-Play ist und leider, leider, leider ist es so, dass viele Spiele dem natürlich nicht nachkommen und vollkommene Abzocke sind. Ich muss aber auch sagen, bei Noscout habe ich das Gefühl nicht. Ihr könnt euch im In-Game-Shop so ziemlich alles kaufen. Bedeutet, ihr müsst die Skills kaufen, ihr könnt euch neue Waffen kaufen, ihr könnt euch natürlich die, ja, alltäglichen und alltagsgebräuchlichen Boosts kaufen für XP, für Gold, aber das könnt ihr auch fast alles für In-Game-Währung kaufen. Das heißt, ihr spielt, ihr farmt euer Gold, dann kauft ihr euch die Skills, dann kauft ihr euch die Waffen, dann passt ihr langsam euren Charakter an. Das heißt, man hat diesen gewissen Level-Fortschritt, diese gewisse Level-Kurve drin und das finde ich auch vollkommen vertretbar. Ihr könnt es für beide Währungen kaufen. Bedeutet, wer keine Lust hat, lange zu spielen, der kann sich die Skills direkt kaufen, aber da sind keine Vorteile und das finde ich auch vollkommen okay. Kostet relativ wenig, ihr könnt auch für wenig Euros ein paar Sachen kaufen, was ich mal gut finde. Das heißt, wenn man so ein Spiel unterstützen möchte, wenn man ein bisschen was kaufen möchte, investiert man vielleicht einmalig 10 Euro, kauft sich ein paar Skills, kauft sich halt die Waffe und dann ist es gut. Das heißt, ihr werdet euch dann nicht dumm und dämlich bezahlen und ihr könnt die Entwickler unterstützen und zum anderen könnt ihr aber auch alles so freispielen. Was ihr nicht freispielen könnt, sind Skins. Das ist wie bei League of Legends, das finde ich auch okay. Nosegut bietet schon jetzt schon einige unterschiedliche Skins für die einzelnen Klassen, sowohl für Menschen wie auch für Vampire und diese könnt ihr euch dann nur für die Echtgeldwährung kaufen und das heißt, ihr seht dann anders aus, habt aber keinerlei Vorteile. Aus dem Grund finde ich es relativ fair, finde ich auch gut, bin aber sehr gespannt, wie es sich weiterentwickelt, ob es so fair bleibt, ob es nicht so ist, dass ich doch durch einen Einsatz von 10 Euro auf Level 1 die geilsten Skills schon habe und dann doch ein bisschen overpowered bin. Ich hoffe, so ist es nicht, denn die Skills, was ich mir so durchlesen konnte, ich habe mir natürlich nicht alle gekauft, nur ein paar, um sie auszuprobieren, die klangen jetzt nicht okay, sondern die passen einfach vielleicht besser zu meiner Spielweise wie andere Skills und das finde ich ist okay, ist gut und auch fair. Vielleicht seht ihr das anders, ich persönlich finde, es ist immer eine gelungene Mischung und bei Spielen, wo es um Spieler gegen Spieler geht, ist es immer relativ schwer, die Balance zu finden zwischen Pay to Win und Free to Play beziehungsweise fair und ich finde Nosecourt ist da auf jeden Fall auf den richtigen Weg, es wird sich aber natürlich erst bei Release oder in der Open Beta zeigen, inwieweit man sich Vorteile kaufen kann oder nicht. Mein erster Eindruck ist, fair ist es, ich hoffe, es bleibt so. Mein Fazit zu Nosecourt, ja, ich konnte es in der Alpha spielen, einige, die mir schon länger folgen, sollten es gesehen haben, ich habe das Video dann offline gestellt, weil eine NDA drauf war, das heißt, man durfte es nicht zeigen, jetzt hat man die offizielle Erlaubnis von Square Enix und darf es dazu zeigen, daher diesen Preview. Ich finde das Spiel ist gut, es macht Spaß, ich finde das Matchmaking ist einfach grottenschlecht, es ist wirklich so, dass wenn ich mal Nosecourt spielen möchte, ich mir eine Stunde Zeit nehmen muss, damit ich endlich mal ein Match finde. Wenn ich ein Match finde, macht es richtig, richtig Bock, ich finde es gut, dass die Fraktionen wechseln nach einer Runde, ich finde es gut, dass man mit beiden dann umzugehen wissen muss und ich finde auch die Community jetzt schon in der Close Beta sehr, sehr geil, denn die Leute tauschen sich aus, man spielt wirklich als Team und das macht richtig, richtig Spaß. Was ich nicht gut finde, ist der Umfang, der bis jetzt geboten wird, das ist viel zu wenig, vier Karten, zwei Spielmodi, beziehungsweise, ja, letztendlich eigentlich nur eins, killt euch alle gegenseitig, da hoffe ich, wird auf jeden Fall nachgelegt, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass die Entwickler da wirklich hinterher sind, denn das Spiel hat Potenzial, es ist mal was anderes, es ist erfrischend und ich hoffe wirklich, dass es nicht untergeht wie Panzer, welcher auch versucht hat, ein bisschen MOVA zu sein, in 3D ein bisschen andere, ja, Wege zu gehen und es nicht ganz geschafft hat, bis jetzt in Europa Fuß zu fassen und ich drücke NOSCOT wirklich beide Daumen, ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterverfolgen und kann euch nur empfehlen, kommt ihr einem in einen Beta Key, spielt es ruhig, es macht wirklich Spaß und spätestens zu Open Beta solltet ihr euch das Spiel anschauen. So Leute, das soll es dann von mir gewesen sein, mit meinem kleinen Preview rund um NOSCOT. Wie gewohnt freue ich mich auf eure Kommentare und Meinungen und ich bitte euch, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten, könnt ihr auch gerne da lassen, ich würde euch aber nur darum bitten, mir doch zu schreiben, was euch nicht gefallen hat, vielleicht kann ich es dann nächstes Mal besser machen. Also, das soll es von mir gewesen sein und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video und bis dahin, ciao, ich bin dann mal raus. Ich bin dann mal raus.